Oh, wenn der hier explodiert, ne, dann rast ich aus. Stirb. Da ist noch ein Creeper. Da irgendwo ist noch ein Creeper. Ganz eindeutig. Ja, siehste, da ist noch einer. Nein, 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 nein. Oh, ho, ho, ho. Danke. Puh. So, haben wir das Lieder in den Schwert ein bisschen missbraucht? Ja, für jetzt. Ein bisschen missbraucht hat. Hä, was hat das alles? Ach so, das war ja dieses mit Zaubern irgendwie noch. Ne gut. Das interessiert mich jetzt nicht so ganz. Ähm, so. Packen wir das mal kurz weg, das weg. Äh, das behalten wir. Aber wir brauchen ganz dringend noch Holz. Haben wir noch, ja? Wir haben noch einen ganzen Stack hier sogar. Den packe ich mal weg. So. Dann, gehen wir wieder zurück. Ja. Hoffe, dass ich genug Plates mit dabei habe noch. Naja, ein paar baue ich ja jetzt auch wieder ab. Und zwar jeden zweiten. Da haben wir jetzt eine Spitzhacke gemacht, aber keine Axt, ne? Ich bin so intelligent. Ja. Leute, es funktioniert schon wieder. Es läuft schon wieder richtig gut. Bravo, bravo. Caramie, Sieger. Oh, Mann. Das geht, Mama Mia, das geht hier alles schief. So, ich brauche eine Axt. Und zwar jetzt ganz dringend. Wo Stein? Hier, zack. Jetzt geben wir verdammte Male nochmal eine Axt. So, wenigstens nichts weggeworfen. Das ist ja schon mal schön. Und zurück geht es. Da wieder hoch. Ich will diese Paket verdammt nochmal fertig haben. So, Punkt. Danke. 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 Ne, da war er richtig falsch. Ja, okay. Ihr versteht schon, was ich meine. Auf, hier mal. Nein! Das will ich da hin. Und das will ich da hin. Äh. Da bist du ja auch noch falsch, ne? Ja. Hier. Unterschmuggel. Nix da. Du bist falsch. Dekladiert. Wie auch immer. Whatever. Äh. Oh, Mann. Ich will ja unterbauen. Und lass mich doch da unterbauen. Da. Ja, perfekt. Wieso unterpackt man jetzt? So einen da hin. Aha. So. Da kommt denn einer hin. Da kommt denn einer hin. Da kommt denn einer hin. So geht das doch schon viel besser. So. Und dann kommt nämlich das da hin. Und das da hin. Und das da hin. So. Und wenn man es jetzt richtig schön machen will, dann kommt nämlich da eigentlich noch einer hin. Da noch einer hin. Da noch einer hin. Und da sogar noch einer hin. So. Und das funktioniert doch schon. Ah. Jetzt weiß ich, wo der Schönheitsfehler ist auch. Da kommt noch einer. Da kommt noch einer. Da kommt noch einer. Da kommt noch einer. Und da kommt noch einer. So, so langsam läuft's. Das heißt. Rein theoretisch kommt. Da noch einer. Da noch einer. Da noch einer. Da noch einer. Und wir haben davon nichts mehr. Und ich darf nochmal zurückrennen. Ach, halleluja. Aber dafür ist die Probe jetzt gleich fertig. Du wirst Leute, siehst du. Aber davor. Nein. Oh, Mann. Ja. Das einzige, was nicht fertig war, das war ich kaputt. Natürlich. So. Egal. Jetzt wird alles abgeerntet. Karotten an die Macht. Sag ich nur. So. Na, gerade Fehler haben wir ja nicht bekommen. Sollte aber reichen, um das Feld zumindest einigermaßen neu zu beflügen. Und zu bestücken. Na. Okay, gut. Dann kriegen wir das ja auch hin. Letzten Karotten. Gehen weg. Da fehlt. Ah, guck mal. Da haben wir schon eine Seite des Karottenfelds fast voll. Es ist doch auch was Schönes. Ne? So, jetzt wollte ich aber nochmal wunden Planks haben. Das heißt. Wir gebrauchen das Holz. Und teilen das durch drei. Was natürlich so mal wieder nicht geht. Und wir deswegen das umständlich machen müssen. Und zwar so. Zack. 60. Das sollte auf jeden Fall reichen. Und dann kann ich jetzt wieder... Ne, warte mal. Ich brauch Zäune. 35 glaube ich reichen nicht. Der hat ein Schwert. Alter. So, machen wir mal. Ja, das dürfte reichen schon. Der hat ein Schwert. Der Mörder. Dieser Mörder. Ich das da jetzt? Nö. Ach, Mann. Ein Steinschwert hättest du mir ruhig schenken können. Ich hab nämlich keins mehr. Ich bin arm. Ich hab nur zwei Häuser. Auf denen eine Hypothek drauf ist. Naja, und zwei Felder. Auf denen ist aber auch eine Hypothek drauf. Weil diese blöden Creeper da ihre Schulden bezahlt haben wollen. Whatever. Ach. Lasst mich bloß in Ruhe damit. So. Jetzt aber nochmal hier ernst zu ernst zu nehmen den Sachen. Oder auch nicht ernst zu nehmen. Die Seite ist fertig. Sehr gut. Und die Seite ist... Wieso habe ich das Gefühl, dass da was falsch ist? Gucken. Okay. Loll. Irgendwie ist da was nicht ganz richtig. Ich weiß nur noch nicht was. So. Das ist auch richtig. Aber was ist da denn jetzt falsch gelaufen? Komm, im Prinzip ist der zu viel. Warte mal. Achs. Der zu viel? Der zu viel? Nee. Nee. Hä? Hä? Was habe ich denn da vermisst gebaut? Guck mal. Nee. Der muss da rein. Ja logisch. Muss wieder rein. Kommst du im Prinzip? Oh. Komm. Ja. Danke. Kommst du da rein? Kommst du da rein? Und das da ist zu viel. Das da ist auch zu viel. Das ist auch zu viel. Auch zu viel. Was mache ich denn hier für ein Mist zum Teil? Was mache ich denn hier für ein Mist zum Teil? Ehrlich? Das ist ja unteste Kanone hier. Sage ich nur. So. Einmal bitte die Axe ausfüllen. Dankeschön. Dann kommst du nämlich da hin. Ah. Da haut das nämlich schon langsam besser hin. Ich würde gerade sagen. Aber es ist nur ein Schaf. So. Ah. Das funktioniert fast besser. Da müssen. Ach so. Ach deswegen. Ja lol. Dadurch kommen die Fehler. Durch solche Kleinigkeiten. Nee. Nicht, weil ich das da versteckt habe. Oh Gott. Ja. Kann sich die Brücke sehen lassen. Ja. So super sieht es jetzt nicht aus. Ist jetzt nicht das Schönste der Welt. Aber es ist eine Brücke. Und sie geht. Meiner Meinung nach. Jetzt machen wir oben auf jeden Fall noch einen Zaun hin. So. So. Da geht sie nämlich auf jeden Fall. Also da ist sie zumindest sicher. Aha. Das geht nämlich nicht. Das dachte ich mir schon. Deswegen werde ich das ein bisschen anders machen. So. Okay. Hier fehlt noch was. Da fehlt noch was. Da fehlt noch was. Da fehlt noch was. Und da. Interessant. Dann machen wir dicht da hin. Da. 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 Und da. So. Dann rennen wir jetzt einmal ganz rüber. Wir machen das auf der anderen Seite auch nochmal. Und die Sonne geht schon wieder fast runter. Ich hab's gesehen. Der Tag geht viel zu schnell um. Meiner Meinung nach. So. Wir haben jetzt noch Mühe. Jetzt haben wir wirklich ein kleines bisschen zu wenig. Na gut. Wenn das Spiel meint, das muss uns ärgern, dann muss es uns ärgern. Sind ja die ersten Karotten schon wieder fertig? Ne. Wollte schon sagen. Ich wollte da hinten auch mal Ernte gucken. Habe ich da was liegen gelassen? Ne. Gehen wir mal ganz schnell in die Haya-Haya. Ah. Das geht nämlich schon. Und da hat dann so ganz viele Skelette, Zombies, Creeper, keine Ahnung was. Whatever. Was da unten alles ist. Will es am liebsten gar nicht wissen. Gehen wir mal kurz zu unserer Plantage da hinten. Da müsste der ganze Meister fertig sein. Guck mal, wo das erste Schwein schon hingelaufen ist. So. Zack. Bums. Fertig. So. Damdam. Fertig. So, jetzt haben wir 54. Das ist eine Menge. Damit können wir das auf jeden Fall wieder beflügeln hier. So. Zack, 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 zack. Och, das ist doch richtig schön hier. Ne, geht nicht. So, äh, das ist da hinten noch was. So, so. So. Und so. Und einmal. Ganz reih. Schön, dass die so hoch wachsen. Macht die Ernte, also was heilen, was kaputt ist, ein bisschen leichter. So, jetzt haben wir noch mal 28 neue, die pflanzen wir natürlich auch gleich an. Kein Ding, kein Problem. Aber mehr haben wir nicht, ne? Schade. Ruhig ein paar mehr sein können, aber gut. So, zwei Schweine habe ich wieder gefunden. Haben wir noch Kauten dabei? Nö. Okay. Drei Schweine habe ich gefunden. Ah, sind alle drei noch da. Haben wir schon weit verteilt. Müssen wir unbedingt mal wieder einfangen irgendwann. Aber das kommt alles zu seiner Zeit. So, jetzt will ich was ausprobieren. Und zwar, das nennt sich jetzt Überfütterung. Und zwar mit diesem Mais. Äh, ne. Warte mal, wie war das? Wie machte man das? Warte mal. Ach, den muss man ja brennen. Ih, da war ja was gewesen. Ja, da brennt immer. Viel Spaß. Währenddessen wir jetzt nochmal Holz holen, um ein bisschen Sound zu machen. Zaun und Fackeln. Zaun und Fackeln. Das ist jetzt wichtig. Äh, gut. Also. Ach, wir haben ja noch Holz. Okay. Das geht ja schon mal in Ordnung. Verarbeiten wir mal den Rest. So. Dann machen wir mal Zäune. 16 dürften schon noch reichen. Dann machen wir den Rest nämlich jetzt zu Fackeln. Das dürfte auch reichen. Und dann gehen wir mal jetzt wieder zurück. Guck mal, dann können wir unser Haus hier ziemlich auch mal beleuchten. So. Zack. Dann läuft das nämlich jetzt auch langsam alles mal ein bisschen besser hier mit der Beleuchtung. Weil das ging ja gar nicht, ne. Muss man mal sagen. Was hier bisher an Beleuchtung abgelaufen ist, ist ja unter aller Kanone. Machen wir mal hier auch welche hin. Bis hier genau am Eingang. Der so. Ne, da nicht. Da. Damit wir hier mal ein bisschen Licht haben. Und ein paar Creeper weniger erscheinen. So. Irgendwie würde ich da trotzdem noch ein Zwischen haben. So. So. Jetzt dürfen wir nur nicht alle Fackeln gleich verbrauchen. Ei, 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 ei. So. Ja, ich mach das ein bisschen random. Oder auch nicht. Von eigentlich ist mir das ein bisschen schnurz. Hab das ja jetzt nicht genau alles ausgemessen und so weiter. So. Dann können wir hier schon mal die Fackeln drauf machen. Das wäre schon mal sehr gut. Nämlich. Darauf. 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 Na komm. Zack. 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 Und Zack. Ja, die Brücke braucht ein bisschen. Jetzt müssen wir mal gucken. So. 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 Ah, das funktioniert sogar perfekt. Halleluja. Das ist ja schön. So. Dann hier. Hier. Da. Da und da. Machen wir hier. Machen wir da. Und machen wir da. Und machen wir da. Und da. Und da. So. Und hier müssen jetzt noch die Zäune hin. Genau. So. 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 Und so. Aha. Und uns gehen die Fackeln aus. Ja, halleluja. Wir haben nicht genug Fackeln. Ich glaube, ich... Das ist jetzt ein schlechter Witz. Das ist echt ein schlechter Witz. Na gut. Äh, wir haben tatsächlich nicht genug Fackeln. Da muss ich gleich nochmal Fackeln holen. Aber unsere Brücke ist soweit erstmal fertig. Und ich mach jetzt nochmal eine ganz, ganz kleine Aufnahmeunterbrechung. Damit ich eben mal gucken kann, ob die voll... Ob da Black Screen ist oder nicht. Weil das ist mir jetzt zu risikoreich. So. Also. Denn würde ich sagen, wir sehen uns gleich wieder. Ich bin euer Yotaro. Wir machen noch Speichern und zurück. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch noch viel Spaß auf YouTube. Bis dann. Ciao. Ciao.